So, Koralli, 6x6, der 1st Run. Das Ding läuft wirklich. Wendekreis wie ein Lastwagen, oder? Jetzt schauen wir mal, wie das tief fällt, ob das alles funktioniert. Das ist der 1st Run, erster Versuch mit dem Ganzen. Aber weiß noch keiner, wie das läuft. Hat noch keiner probiert sonst. Irgendwas knackst da. Jetzt sind wir da ohne Skidplates. Ohne der langen Skidplates ist das ziemlich gefährlich, dass mir da etwas abreißt. Aber er läuft, das ist mir schon mal wichtig, das sollte ich wissen. Oh, und er springt. Was ist denn? Oh, es ist da, es ist da. Oh, es ist da. Something ist kracking. Ja, das funktioniert. Das ist wichtig für mich. Ich weiß, dass meine Konstruktion funktioniert. Das ist perfekt. Oh! 6x6x falling down. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich muss das reinmachen. Aber es funktioniert ja weiter. Das ist das wichtigste. Das Auto läuft. Und das klappt. Sehr geil. Sehr geil. Das Auto läuft. Es geht um ein Stück in der Zeit. Das Auto läuft. Für mich ist das Auto läuft. Das Auto läuft.